UNTERTITELUNG Was ist denn für Geld? 30.000 Hey Yashik, alles klar? Was geht? Ist mein Messer? Was riechst du mir? Was riechst du mir? Was riechst du mir vor meinen Computer? Willst du dich verarschen? Was für die Messer? Was denn da? Schuldet er mir. Stefan, was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Lasst euch da bloß nicht vollquatschen. Ihr macht Druck, ist das klar? Ich brauche Resultate, Bernd. Ich versteh's nicht. Willst du jetzt alles sehen? Ich werfe überhaupt nichts hin, mein bester Freund ist verschwunden. Sag mal, raffst du's eigentlich noch? Zwei Kollegen sind tot und ihr verhalten euch wie Arschleiter! Ihr macht überhaupt nichts, klar? Bleiben cool, das bringt uns nicht weiter. Ist das so? Ja. Da ist noch etwas. Wir konnten hier eine Dienstwaffe nicht finden. Sind wir Freunde? Drosten? Ja, wir konnten hier bei uns! Nein, da ist nicht mehr. Denn es ist nicht mehr so groß, dass sie dieositionen aufhören müssen. Ich schaue das. Untertitelung des ZDF, 2020